Aare-Freibäder Entlang der Aare locken im Sommer in mehreren Gemeinden Schmuckebäder mit direktem Zugang zur Aare oder bieten in abgetrennten, mit Aarewasser befüllten Anlagen eine kühle Erfrischung. Dem Badespaß bei heißem Sommerwetter steht also zwischen Thun und Bern nichts im Weg. Freibad Marzili Das wohl berühmteste Freibad in der Stadt Bern mit Blick auf das Bundeshaus zieht jedes Jahr tausende Badende und Sonnenhungrige an. Durch den direkten Zugang zur Aare bietet das Marzili viele Ausstiegsmöglichkeiten nach einem gemütlichen Aare-Schwumm. Nebst den allgemeinen Verhaltensregeln ist es wichtig, die Signalisation der Ausstiege gut zu beachten, um rechtzeitig vor der Danmazi-Brücke aus dem Wasser zu sein. Bitte gegenseitig Rücksicht nehmen Badende können bei den Treppen auf Höhe Marzili oder via den Bubakanal aussteigen. Für Bötli gibt es nach dem Bubakanal eine Bootsrampe. Schwimmerinnen und Schwimmer ziehen ihre Bahnen im 50-Meter-Becken, während ein separates Kinderbecken bei den Kleinsten für Wasserspaß sorgt.